so leute da sind wir wieder da ist auch mal wieder mit stardewalley im multiplayer ja ja genau genau und es regnet letzter tag dazu sagen letzter tag im herbst heute gibt es ein neues rezept die königin der soßen grüße ich bin es die königin der soßen ich stelle euch köstliche rezept aus meinem geheimen kochbuch vor das gericht dieser woche ist artischocken hier ist ein angenehmer weg um mehr artischocken in deinem körper zu befördern ich selbst trug nicht mal irgendwas rein ich schlaufe die soße einfach wie eine milchshake lecker du hast gelernt wie man artischocken dipp macht ja ich weiß das klingt etwas komisch ist so ich werde jetzt alles aussortieren was wir verkaufen da nichts von da das von ähm leute ich bin mal ganz kurz weg devarjoch wird euch mal kurz unterhalten ja ich spiele einfach weiter keine ahnung was vorks macht jetzt aber entscheidend ist es sehr wichtig deswegen machen wir einfach weiter ich bin kompetent hier und habe gerade alle gestreichelt und gemolken und was man halt alles sonst noch mit hier machen sollte oder auf ihm machen sollte ähm genau heute ist der letzte tag und ich werde tatsächlich eine sache machen die ich schon lange machen wollte und hab ich die schon gemacht ich weiß nicht ob ich die schon gemacht habe ähm ich werde tatsächlich zum spielplatz gehen äh und dort werde ich warten bis es genau zwölf Uhr mittags ist und dann werde ich dich in einen bestimmten Busch ansprechen ich glaube Fox hat das schon mal erzählt irgendwann als er so gut große Runde gemacht hat denn wenn man beim Spielplatz einen bestimmten Busch anspricht genau zwölf Uhr bekommt man ein riesiges ähm Juni-Move-Spiel das ist glaube ich immer blau und das ist voll genau und deswegen also das ist der Busch ich kann es euch jetzt nicht zeigen weil Fox ja quasi ähm die äh irgendwo rumrennt ich sehe schon dass er äh mir hinterherläuft weil ich den Stream offen hab und da ist ein Busch den ihr gleich sehen werdet weil Fox da auch gerade hinläuft und da steh ich schon daneben und wenn es genau zwölf Uhr ist werde ich ihn anquatschen da es aber jetzt erst grad noch nur 9 Uhr ist kann ich noch irgendwo rumrennen und gucken ob irgendwo noch wegen Würmer aus der Erde gucken die ich aufhaken kann ja wir warten und 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 wir warten wir warten und wir warten und wir warten das nicht toll ich angle einfach noch ein bisschen währenddessen ich warte weil ich möchte das natürlich nicht riskieren ich glaube ich hab das nämlich schon ich glaube ich hab das Flüschte schon bei mir im Zimmer im Haus stehen ich glaube das kann man nicht mehrfach machen du hast es schon ich glaube ich hab das schon ja ich hab das im ersten Monat oder sowas geholt was wer hat dir das erlaubt ich ok schön dass wir es geklärt haben ich finde immer wichtig dass die Leute eine Erlaubnis haben kann nicht sein dass jemand irgendwas ohne Erlaubnis macht wenn sie es sich selbst erlauben ist okay aber ohne Erlaubnis geht nicht so 10 auf 40 ich kann diesen Busch jetzt einfach die ganze Zeit anfatschen dauerhaft naja ich schüttel ihn nur 11 Uhr ich komme zurück so war nicht das noch aber auch sollte locker drin sein Quatsch 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 siehst du bei dir auch wieder Busch Wackel wenn ich den anquatschen Nein. Schade. Schüttel deinen Busch. So wie schüttel deinen Speck. Aber ich sehe im Stream wie er die ganze Zeit wackelt. Zwei gruselige Kerle mit Hüten stehen vor dem Busch und quatschen die ganze Zeit an. Yes! Yes! Ich hab's auch gekriegt. Ich hab ein grünes Plüsch Junimo. Sonst ist es grün nicht blau. Dann hattest du es noch nicht gehabt. Aber ich hab das glaube ich schon. Kann das sein, dass ich das durch irgendwelche ablässlichen einfach noch mal kriegen könnte? Ich weiß nicht. Weil eigentlich hab ich das glaube ich schon. Du hast den blauen Plüsch Teddybär den ich hier reingestellt hab. Ja und den Junimo oder? Weiß ich nicht. Ich hab beide bei mir stehen. Guck mal. Evelyn will Seetang. Seetang haben wir da. Ja. Ich verkaufe erstmal die ganzen Sachen bei Pierre. Money, money, money. Money! Oh, ich hab das eigentlich noch nicht dastehen. Na Mensch. Wir haben ein bisschen Geld übrig. Darf ich mir? Ich kaufe mir den Rucksack, ne? Ja, kaufst du mir auch einen? Geht nicht. Ich hab mir die Luxustarte gekauft. Yes! Was machen wir mit dem Geld? Suddenly money. Einiges sparen für den Wintermarkt. Kriegt man da so krasse Sachen? Du kannst, ähm... Kann man am Wintermarkt Baumfrüchte... Es ist Sonntag! Es ist Sonntag! Oh, das ist gut, ja. Man kann am Wintermarkt die Seeds... Jeden Tag kannst du die Seeds von einer Season kaufen. Aber keine, ähm... Du kannst da... Erdbeer Seeds kaufen? Das weiß ich nicht. Aber Erdbeeren haben wir hier noch. Ich werde die gleich mal in den Seedmaker hauen. Die 8. Aber du kannst halt jeden Tag... Am ersten Tag kriegst du die Frühlings, im zweiten die Sommer und im dritten die Herbst Seeds. Ähm... Brauchen wir noch einen Rotkohl? Rotkohl gibt's gerade hier. Ja! Brauchen wir. Rotkohl können wir sonst das im zweiten Jahr kriegen. Das ist das Dye Bundle. Dann haben wir noch eine seltene Saat. Rare Seed? Mitnehmen. Dann haben wir noch eine kleine Ziegenmilch. Aber Ziegenkäse haben wir schon, ne? Ja. Wolle hätten wir noch brauchen können. Sommerschmuck brauchen wir nicht, oder? Was brauchen wir nicht? Sommerschmuck. Die Blume. Ähm... Gucke ich gleich mal, wie die aussieht. Das ist die gelbe mit dem Stern oben oben. Sommerspangerich. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir brauchen Poppy. Ähm... Ich weiß nicht, wie die im Deutschen heißt. Okay, gut. Dann habe ich nur Rotkohl und die seltene Saat. Dann habe ich auch die Kaufpass. Der Poppy ist, glaube ich, Mohn. Uh! Ich überlege, wir haben... Wir haben... Bei den Erdbeersaaten haben wir jetzt gerade das Glück gehabt, dass wir eine uralte Saat daraus bekommen haben. Ach so, das ist früher. Sehr gut. Ähm... Ich überlege gerade, lohnt es sich vielleicht einen Stall zu erweitern? Mit dem Geld? Ich würde eher ein Haus erweitern. Wir haben übrigens eine Erd... äh... 14 Erdbeersaaten und 8 Uralte Saaten. Na, ich würde halt, ähm... die Erdbeer... äh... das den Hüderstall erweitern, dass wir ähm... 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 Franisien reinkriegen. Ach so. Ist der nicht schon einmal erweitert? Ja, einmal. Aber wir brauchen eine dritte Stufe für Kaninchen. Okay, dann... dann ja. Meinst du nicht ein Schaf wäre schneller für Wolle? Äh... es geht mir nicht um Wolle, hauptsächlich. Es geht mir um, ähm... Rabbit's Food. Rabbit's Food. Dann ja, dann... dann... hm... kauf's halt. Sommerschmuck? Nee, Sommerspänke brauchen wir nicht. Außerdem, es ist 16.20 Uhr, heute kann ich sowieso nicht mehr den nächsten Montag kann wieder. Also nicht so lange. Ich kauf die seltene Saat, weil die ist immer gut. Ähm... dann brauchen wir noch 8.000 für ein Kaninchen. Ziemlich teuer. Ja, haben wir genug. Ich überlege gerade, ob wir die Erdbeere kaufen und zu Saaten machen. Ich weiß nicht, ob sie das lohnt, wie hoch teuer ist die... 600. Okay, das lohnt sich. Oh, ich kann meine Kaninchen verbessern, weil wir genug Geld haben. Ja, ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen was an Equipment verbessern, weil ich habe ja noch meine Hacke und meine Axten dann noch auf der Standardstufe. Ja, die Axt würde ich dann auch bald nochmal verbessern auf Gold. Einmal, weil ich sehr viel mit der Axt unterwegs bin. Ich freue mich so sehr, wenn ich dann Sammeln auf 10 habe. Vor allem, wenn ich die Winterseeds dann raushaue, das ist ja auch Sammeln. Ja. Und du kannst die Crabpots auch nochmal auf euch ernten. Genau, das mache ich dann auch gleich. Ich bin gerade am Hartholz sammeln. Sassi übrigens vor über 8 Minuten eine Frage gestellt. Ich weiß es nicht, ich glaube der Depp ist aus Arti Schocken, nicht für Arti Schocken. Ich glaube auch. Damit kann man Arti schocken. Ich mag die Unken im Hintergrund immer. Gerade wenn es regnet dann so. Ja, ziemlich witzig. Was ich sagen muss, also ich lese ja nur gerne. Ich habe ja schon immer gerne gelesen. Ich habe früher super gerne die Gänsehautbücher gelesen. Ich fand sie super schön geschrieben. Vom Feeling her konnte ich mich super gut reinversetzen. Und wenn es im Herbst hier so regnerisch ist und man dann so die Unken hört. Uh, massiver Fang erhalten. Ja, ich habe Blaubarsch gefangen. Fox hat den Erfolg erhalten. Wait, was? Wahrscheinlich habe ich einen großen Flusskrebs. Komm. Auf jeden Fall finde ich, wenn das so im Herbst hier so regnerisch ist und dann dieses Unkengeräusch kommt. Und so. Das hat so... Das erinnert mich total an Gänsehaut. Ich weiß nicht warum. Das hat meistens so in amerikanischen Vorstädten oder Kleinstädten hat das gespielt. So, ich weiß nicht. Ich muss so 80er, 90er Jahre gespielt haben. Ich finde das super gut. Und ich finde, das erinnert mich immer total daran. Ich freue mich dann immer. Und schön sagt jeder, dass du das auch kanntest und geliebt hast. Ich habe neulich... Ähm... Halten wir das in einem Projekt und dann meinte einer tatsächlich... Naja. Es gibt ja so Geschichten, wo man immer von A nach B springen kann und so weiter. dass man sich so entscheiden kann. Und dann sagt... Dann führte er als Beispiel Gänsehaut an und sagt mal... Sagt jeder... Es mag sein, dass ich vielleicht nicht alles gelesen habe, aber... Oder ich habe definitiv nicht alles gelesen. Aber es gab bei Gänsehaut auch so Bücher, wo man die Storyline auswählen konnte. Ich glaube nicht, oder? Du kannst mal mit alles wechseln. Genau. Wie lange... Wie viel brauchen wir noch? Wie viel Heu? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist voll, ja. Haben wir noch... Haben wir noch die Möglichkeit, was aus der Raufe zu nehmen? Ich glaube nicht, nein. Siehst du, dass... Das dachte ich... Vielleicht haben sie jetzt schon gefressen. Ja. Guck mal, bitte. Ne, 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 wahrscheinlich aus der Nacht. Nein, kann ich es rausnehmen. Na, damn. Dann lassen wir es einfach mit. Weil wir haben mehr als genug. Ja. 913 Heu in der Kiste liegen. Du, das sollte für den Winter reichen. Ne, das dachte ich mir nämlich auch, weil ich mich überhaupt nicht daran erinnern konnte. Ich habe bestimmt irgendwie 40, 50 Bücher davon gelesen. Also, es dürfte ja fast alles sein, was es so gab. So. Kannst du schon Regentotums bauen? Naja, wir haben welche, aber im Winter brauchen wir die nicht. Aber die Idee dazu. Ich habe die, ähm, ich habe die immer in der Bibliothek, also ich habe die selber nicht gehabt, aber ich habe die immer in der Bibliothek gelesen. Ähm, ich habe mir dann immer so zwei, drei Stück mitgenommen und in einer Woche kam ich wieder und habe halt neue Bücher geholt. Hat sich gelohnt, war jetzt also 300 pro Erdbeersaat. Ich weiß nicht, die kostet glaube ich 350 oder so sonst. 250 oder? Ich weiß es nicht genau, was die kommt. Egal, aber wie auch immer, die trägt ja mehrfach. Eben, also es lohnt sich schon. So, ich muss mein Haus ausbauen. Ich habe nicht genug Platz für meinen ganzen Schmuck hier. Ja, das kenne ich. Tatsächlich, ich weiß sogar noch, welches mein erstes Gänsehaut Buch war. Das war, ich glaube Nummer zwei müsste es sein. Auf jeden Fall war das Willkommen im Haus der Toten. Und dieses Buch hat mich so geflasht. Und ich glaube auch nicht, dass ich irgendein Buch von Gänsehaut so gut fand wie dieses Buch. Obwohl die alle echt super klasse waren. Aber ich würde sagen, das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Vor einem Jahr oder so, habe ich in einem gebrauchten Buchladen, in so einem Buchantiquariat ein... Oh, Krobus hat Geburtstag und wir haben sehr viel Glück. Deswegen habe ich ein Gänsehaut hier, ähm... Phantom in der Aula gefunden. Das habe ich gleich mitgenommen. Hat mir irgendwie einen Euro gekostet. Da habe ich gesagt, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe etwas Neues. Man nennt es den automatischen Greifer. Das Ding kann deine Kühe und Ziegen... Kühle und Ziegenmelken. Ernsthaft, Kühle? Deine Kühle und Ziegenmelken. Deine Schafe scheren. Und das ganz alleine. Aber es ist ein Luxusgegenstand. Deswegen nehme ich 25.000 G dafür. Marni. Okay. Kannst du dafür nehmen, kriegst du erstmal nicht. Marni W25 für den Autogreifer 25.000, kriegt sie erstmal nicht. Ja, das ist ganz schön. Da wir nur eine Kuh haben. Ja, das lohnt sich, wenn wir mehrere Kühe oder so haben. Ich frage, wollen wir mehrere Kühe haben? Oder wollen wir einfach direkt auf Schweine gehen? Ja. Wir können ja diversifizieren. So ein bisschen. Wenn die automatisch geerntet werden, dann finde ich das nicht so schlimm. Ja. Ja. Ähm. So. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Du bist in meiner Kassin auch noch rumgelaufen. Uh. Bücher. Vielleicht zwei Bücher gefunden. Ja. Ich habe keines gekriegt. Ne, weil ich das gefunden hatte schon vorher. Stechpalme. So. Also. Weil ich Stechpalme das, was uns noch gefehlt hat? Ne, ne. Äh. Wir sind jetzt Winter Foraging. Das sind drei oder vier Teile. Noch ein verlorenes Buch gefunden. Aber. Ihr seht, dass das, was ist jemand vor uns geflohen. Und hier sehen wir kleine Fußtapsen, so wie unsere immer sind. Und die führen uns hier hoch. Oh. Da gehen sie weiter. Fußtapsen. 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 Huh. Wer bist du denn? Du siehst so ein bisschen aus wie Krobus, aber nur so ein bisschen Schattentyp. Huch. Du hast mich erwischt. Es tut mir leid. Nimm es. Nimm es. Es sah wertvoll aus. Deswegen konnte ich nicht anders. Du hast die Lupe erhalten. Jetzt wirst du in der Lage, geheime Notizen zu finden. Diese Notizen erhalten seltene und nützliche Informationen. Du findest sie im Kollektionstab. Und die rennt weg. Ah, hier gibt Lupe erhalten. Ich mein, wieso habe ich die auch erhalten? Ich habe übrigens alles für das Bande. Für das Winterbande schon? Ja. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen gleich einen Raum komplett. Ne, der ist hier unten. Verdammt. Fast richtig. Dafür kriegen wir die Winterseeds. Oh, ne, ich mein, ich habe das falsche. Ich habe eine Winterwurzel. Keine Snowjam. Das war fast nicht. Snowjam findest du, wenn du Sachen ausbuddelst manchmal. Ja, da finde ich die Winterwurzel auch. Warte, was hast du jetzt da reingelegt? Ähm, die Krokus. Und dann brauchen wir auch den Snowjam und? Das war's. Nur Snowjam und Krokus? Der Rest haben wir aus der Mine schon geholt. Ah, okay. Gucken wir, ob ich einen Krokus finde. Auch schon. Ab. 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 Ich hatte nicht genug Holz. Was ist denn da los? Haus verbessern. Danke dir. So. Du kannst theoretisch auch für 10.054 Holz dein Haus verbessern. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch machen kannst. Nö, ich bin eigentlich mit meinem Haus ganz glücklich. Außerdem glaube ich, dass Robin immer nur eins gleichzeitig machen kann. Wahrscheinlich, ja. Ich hätte sagen, dass er uns irgendwie... ...beten kann. Hi. Hi. Hoi. Da muss du hin. Ich leuchte. Bündel komplett. Wo kommt die Katze, weil mir jetzt kommt? Ah. Wow, es hat mich da rausgeschmissen, weil ich gerade Deutschland, wo Juni mussten wollten. Was? Witzig. Dieses Haus steht seit Jahren leer. Die Bäume sind eingezogen und wir mit ihnen. Ist das unser erstes fertiges Bündel? Das ist unser erstes komplett fertiges Bündel. Ne, das zweite. Ach ja, stimmt. Wir haben die MyCard fertig gemacht. Genau. So, das heißt, wir kriegen Katzen. Wie viel Geld haben wir? Wie viel Geld brauchen wir da insgesamt? Ja, wir brauchen 10.000, 30.000, 40.000... 42.500. Richtig. Können wir eigentlich auch kaufen. Alles. Wollen wir das fertig machen? Dann können wir auch das Fischbande danach fertig machen. Ja. Ich kaufe. Dann sind wir zwar unser Geld leer, aber... wir kriegen Kristallarium. Uh! Unbedingt haben will. Und drei Schokokuchen. Ja, Kristallarium ist gut. Und Glitzergleiter und... Ach so, ein bisschen Kreditinger. Yes! Uh! Er folgt mir! Er folgt mir! Ich habe das gemacht! Weil du weglaufen bist! Wegen braucht der dich nicht mehr. Und ich gehe jetzt nochmal zu Gunther. Das schaffe ich nicht mehr! Egal! Denk ich nicht. Oder? Das war dann Gunther offen. Oh! Das ist schade. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich nur eine Cutscen heute. Oh! Oh! Ja, ja, Buch, Buch, du hast ja hier diesen Grabstein hingestellt, fällt mir jetzt auf. Ja, Lohnung abholen. Verdammt, ich kann nicht alles von Gunther mitnehmen, weil mein Inventar noch zu klein ist. So, zwei Kisten, Schneeweiß und Rosenrot, ne, auch Schneeweiß. Warum brauchst du deine Kisten, also Finderkisten. Genau, und ich werde das jetzt nämlich ein bisschen ändern, dass wir hier oben neben der Fischkiste nicht mehr die Sammelzeugs machen, sondern wir machen das nach Jahreszeiten sortiert. Das heißt, das ganze Sammelzeug kommt in die Frühlingskiste mit rein. Welches Sammelzeug kommt in die Sommerkiste? Die Edelwicke, die Gewürzbeere, die Weintraube, der Straußenfarn, ne, der Straußfarn kommt in die Winterkiste, weil das einfach im... Ne, doch, das kann in die Sommerkiste mit rein. Genau, in die Herbstkiste kommt die Bombeere, die Haselnuss, der Pfifferling, die Morche und in die Winterkiste kommt ein möglicher Kram. So. Und das kommt noch in die Frühlingskiste. Und dann kommt nämlich hier alles, was Handwerkswaren sind. Also jetzt sind Handwerkswaren in der Kiste neben den Fischen. Okay. Also Artisan Gods. Und in der Kiste neben den ganzen Rohstoffen sind alle möglichen Sachen, die man zum Bauen verwendet. Also dann sowas wie die Wege, die Vogelscheuchen, Fackeln, was weiß ich nicht, was... ...gecraftete Sachen halt. Dann haben wir nämlich wieder so ein neues kleines Ordnungssystem. Warum haben wir nicht so viele von diesen, äh... Warum stehen jetzt zwei von denen? Ja, weil ich ihn grad bald runter war und das Zeug abgeholt hab. Achso, hab ich da eine hingestellt? Okay. Nein, ich hab die da hingestellt. Beide? Ja. Ja. Der eine war in der Kiste. Ah, okay. Hast du die Dings, die, ähm... Ja, da hast du die reingepackt, ne? Die Winterseeds hab ich grad reingepackt da. Genau. Dann... So, ich muss noch mal zugrunde, ich hab noch ein bisschen was dort, ähm... bei ihm... immer noch als Belohnung. Weil ich nicht alles mitnehmen konnte, aber ansonsten hab ich jetzt ganz gut... abgeräumt. Okay. Das ist sehr gut. Eins... Zwo... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Elf... Zwölf... Dreizehn... Fünfzehn... Mach doch nicht in der Zwölf, mach doch nicht in der Zwölf, mach doch nicht in der Zwölf. Mach doch unten die Reihe, wenn du sowieso 30 hast. Hä? Egal. Mach du. Natürlich passt das nicht ganz, aber das ist ja egal. Die... Ich werd die heute auch nicht gießen, weil, ähm... So dringend ist das nicht. Dann wachsen die halt einen Tag langsamer. Du machst doch kein Quality-Dünger rein, oder? Ne, äh... Bringt hier nichts, weil das, äh... Sammeln ist. Ach so, ja. Die werden sowieso ihr Regime-Qualität. Ne, ne, werden sie leider noch nicht. Ich hab noch nicht die hier Dings. So. Hab ich schon im Bett? Hab ich schon was ins Verkauf-Kiste geschmissen? Ja, ich auch. Oh mein Gott, du siehst, wie hier reichweitig die Dinger haben? Ja, UI-Info-Mod. Ich seh auch, wie viel Reichweite die... die Sprinkler haben. Das ist super praktisch, wenn man mir... Ja, komm, die Sprinkler kriegt man dann auch hin, einigermaßen. Siehst du auch, wie viel Reichweite die, ähm... die Bienen... ähm... Alles. Ich sehe alles. Sehr geil. So. Den Diamanten möchte ich ungern ausgeben, deswegen geben wir nur einen Quarz dafür aus. Kleiner Trick, Leute. Wir werfen jetzt einen Quarz in das Crystallarium, morgen früh ist der fertig. Ich... Ernsthaft? Was denn? Du hast mein ganzes Zimmer zugestellt. Lagerhaus! So. Wir sehen die erste Katzin, das ist die... ähm... das... der... das... das Zimmer mit dem großen... ähm... verließ... nicht verließ... ja... Aber wir sehen doch nur eine Katzin. Genau. Und wir haben nur die letzte gesehen. Die, wo wir das Geld reingeworfen haben. Die andere Katzin sehen wir nicht. Wir haben noch was anderes freigeschalten. Was das ist, das zeigen wir euch in der nächsten Folge, Leute. Denn das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin und tschö tschö. Ciao.